Das Parks Hotel liegt in New York, Manhattan in Bundesstaat New York. Das Parks Hotel ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. 20 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 20 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,3 von 6 Sonnen vergeben. Service. Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,9 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie. Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 4,4 von 6 Sonnen bewertet. Zimmer. Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hierfür benutzen Sie, wenn Sie die Pfeiligen, können Sie die Pfeiligen, um die Pfeiligen, um die Pfeiligen, um die Pfeiligen, um die Pfeiligen zu haben. Vielen Dank.